Jo Leute, was geht ab? Ich bin Simon und auf meinem Kanal. Heute machen wir eine neue Herausforderung, einen neuen legendären Auftrag. Und zwar besuche die Lieblingsorte von Eisener Bauer. Drei Stück, 30.000 XP, passt ja. Und hier sind mal alle Orte. Der erste, also ihr könnt verschiedene. Erster Ort, sag ich mal jetzt mal hier, ganz genau hier. Der zweite Ort, wer auf der Karte, ganz genau hier. Der dritte Ort, wer auf der Karte, ganz genau hier. Und ja, dann habt ihr auch die abgeschlossen hier nochmal angezeigt. Und ja, ich würde einfach sagen, wir sehen uns gleich, wenn wir in einer Runde sind. Bis gleich Leute. Okay Leute, hier sind wir schon in einer Runde. Und der erste Ort ist auf der Karte, ganz genau hier. Einfach mal landen, dann zählt es eins von drei. Und ja, wir gehen jetzt mal dorthin. Dann irgendwo landen, landen jetzt einfach mal hier. Und zack, ihr seht ihr es, eins von drei. Schüttel, wir sagen uns gleich, wenn wir bei dem zweiten Ort sind. Und Leute, hier sind wir bei dem zweiten Lieblingsort von dem eiserne Bauer. Und auf der Karte, ganz genau hier. Hier oben links bei Weeping Roots, ganz genau hier. Äh, wieder an einem kleinen Teil, sag ich mir. Also, da einfach mal kurz landen und dann habt ihr zwei von drei. Eine Sekunde. Zack. Zwei von drei, ihr seht es über mir. Ja, das ist der zweitlieblingsort von dem eisernen Bauer. Ich würde sagen, sieh uns gleich, bei dem dritten und letzten Ort. Ja, Leute, hier kommen wir zu dem dritten und so mit letztem Lieblingsort von dem eisernen Bauer. Auf der Karte, eine Sekunde. Auf der Karte, ganz genau hier. Und zack, ihr landet da einfach mal, dann habt ihr die Rasse abgeschlossen. Hier noch einmal kurz angezeigt. Hier, zack, abgeschlossen. Ich hoffe, dass ihr dort euch geholfen gefallen. Lasst gerne ein Like da. Abonniert gerne meinen Kanal. Lasst Gläufe, dass ihr das kein Übriges Mal verpasst. Und zuerst sagen, das war's mit dem Video, Leute. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss, tschüss.